Und es gibt noch einen anderen Alleinstellungsmerkmal für das Krankenhaus. Wir haben nämlich ein eigenes Krankenhaus-Karnevalsgesellschaft. Und deshalb erlaube ich mir ganz kurz, bevor es ganz ernst wird, Kraft meines Amtes, Ihnen zumindest in dieser Geordensschmur zu geben. Wir sind im Einladen. Ich komme aus Liss. Ja, herzlichen Glückwunsch. Muss ich jetzt sagen, Herr Präsident? Nein. In dem Zusammenhang, wir haben uns mal vor zwei, drei Jahren, glaube ich, auf dem roten Montagszug hingegangen. Genau, da bin ich dann leicht angeschlagen zum Schluss.